Nein, ich bin geschehen. Besser ist es, man hat echt nur Stress, ich bin gerade mit so einem Typ zusammen. Der ist eigentlich so gar süß. Aber irgendwie kriegt er nichts gebacken, alles was er anfängt in seinem Leben, geht daneben. Neulich hat er seinen Schlüssel vergessen, hat versucht über den Balkon einzusteigen. Wir haben gar keinen Balkon. Und das Ende vom Lied war, dass die mich dann auf der Arbeit anrufen, weil die einen in der Notaufnahme liegen hatten, mit einem Kieferbruch, der konnte nicht mehr sprechen. Mein dritter Stopp, der hätte auch tot sein können. Und das Bescheuerste war, der hat seinen Schlüssel gar nicht vergessen, er hat nur nicht tief genug in seine Tasche gepackt. Und deshalb rufen die mich auf der Arbeit an. Das war voll peinlich, weil ich den Job gerade angefangen habe. Was machst du eigentlich?